Los geht's nächste Runde, Schnellsuche, Schnellsuche. Oh nein, ich habe das Pferd! Ich auch! Nasebo sollte Bord gehen. Ja, ich nehme euch noch 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen! Was? Dio Dio. Ja. Kommt mal hier runter. 10 Sekunden bis Kisten. 5 Sekunden. 10 Sekunden. Runter. Das war die Schnellbezahlen, die wir haben. Wo ist mein Wiedersehen? Oh mein. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 11 Sekunden. Ja, du bist ja auch umgedreht. Kinder Oh, fiedelt nochmal alle Ich kann grad sagen um die Uhrzeit Äh, bei dem Level schaffst du das noch nicht allein Oh Hm Ich bin nur ein reicher an der Tempel. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Tschüss Nasebo. Shittings. Wie war das? Wie war das? Die Götter sind in allem und 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 in allem. Alter, hört nicht auf den. Heute gibt's keine Schatzsuche. Der ist da vor eurer Nase. Hol' ihn doch. Natürlich. Lass' wir mal bezahlen, Kai, bitte. Nervt. Ja, witzig. Und der jetzt auch schon wieder? Die auch noch von der Seite. Das kannst du einfach vergessen mit Sylvanas und Nasebohnen hier am Start. Das ist einfach schlecht. Ja, okay. Hard camp. Ich wusste, wir schaffen das. Bezahlen wir mal, versuch's mal. Ich versuch mal zu saunen. Komm zurück, nicht over-extend. Ja. Nummer hat mich gestört. Kurz sammelt's ein. Oh Gott, es gibt keinen, können wir vergessen. 30 Münzen. Ja, die sind noch mittlerweile 3 Level über. Oh. Einmal mehr diene ich. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Reiner ist mega behindert, eh? Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Nun ne, bringt mir euren Klonen für meine Dienste. Die Patriarchen werden erfreut sein. Auf geht's. Die Schlacht steht bevor. Wo ist mein E-Attacker? Die Schlacht steht bevor. 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 Ach, natürlich geht's nicht. Probier ich's überhaupt. Camp. Warten wieder bis wir 30 Münzen haben und schmeißen wir ihm dann wieder in Racht. Ah, was kann man mit dem Ragnacen? Ich muss jetzt nicht echt nichts anfangen. Da ist ja nicht schlimm. Da macht mir auch null Spaß, weil mich fuck das gerade richtig ab. Was hab ich denn? Der Münz-Service. Der Münz-Service. Münzen for free. Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht einen einzigen bezahlt. Wir wird's gut. Wir wird's gut. Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Und jetzt geht's jetzt. Wir haben noch nicht blood. Dann gibt's dich. Schaffe ich es, zwei Münzen zu bezahlen? Du hast ihn ruhig durchs Lauf, ne, ich hab hier keinen Bock mehr. Du hast ihn ruhig durchs Lauf, ne, ich hab hier keinen Bock mehr. Ja. Wisst ihr was? Schätze für alle, aber am meisten für mich. Ich begrüße jede Prünftung. Ja, Alter, die schießen einmal und ich bin dauerne bei dem Levelunterschied. Ja, klar. So schnell kann ich gar nicht meine Ulti drauf machen, wie er platzt, ey, das geht instant. Bam, bam, von 100 auf 0. Ja, 4 Level über uns, ne. Die Liming hat auch Missles geskillt, aber voll. Das hab ich auch noch nicht gesehen, das ergibt gar nicht so viel Sinn. Sieht so aus, als ob euer Fein bezahlt hätte. Euer Fein! Ich schlafe dich hervor. Weißt du, der Nasenbob ist auch ein richtiger Idiot. Der, der rennt die ganze Zeit Solo rein, stirbt und schreibt dann, oh, das Nova ist so overpowered. Vor allen Dingen, der hat auch noch nicht gemerkt, dass die 4 Level über uns sind, so ob ich. Ach so, so kommen dann die Flamethreads im Forum zustande. Das war die Flamethreads im Forum zustande. Die Götter gebieten hier. Mein Klapp. Wo ist mein Widersacher? Eure Zinanelle ist unterbeschockt. Boah, ist das eine Vorführung, ey. Aber mit dem Renner kann es auf Est gar nichts. Ja, muss ja nicht. Hast du mal ausprobiert. Ich meine, Kara Sim ist auch nicht gut. Ich weiß, was ich jetzt mache. Jetzt habe ich eine gute Idee. Alter, zehnmal gestorben. Zehnmal gestorben. Zehnmal gestorben. Zwei, sechs, fünfunddreißig zu eins. Hammerart. Vielen Dank.